Guten Tag, herzlich willkommen hier in Istanbul zu unserer Pressekonferenz. Wir freuen uns sehr, hier zu sein mit unserem Trainer Marco Rose und mit unserem Kapitän Marco Reus. Und bitten Sie alle um Ihre Fragen. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz, Marco Reus und Marco Rose. Sie sind hier, heute in Istanbul. Sie sind hier, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Mach einfach laut, ich weiß jetzt nichts anderes. Hier ist niemand mit dem Mikrofon. Wir müssen einmal hier rüber. Wir müssen da vorne einmal rüber. Do we have a mic for them? Stadion, Besiktas. Besiktas. Da und rechts. Thank you. Mikrofon kommt. Wunderbar, ich bin auf Sendung. Die Frage nach dem Personal, er überregt sich ja weitgehend dadurch, dass wir alle gesehen haben, wer mitgeflogen ist. Deswegen meine erste Frage zum Gegner. Was ist morgen zu erwarten von Besiktas und vielleicht auch so stimmungsmäßig? Den Fans eilt ja doch ein gewisser Ruf voraus. Ich erst mal. Ja. Ich möchte erst mal fragen. Ich möchte erst mal fragen. Ja. Wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen, dass das hier eins der lautesten Stadien in Europa ist. Wir wissen auch, dass morgen das Stadion nicht ganz voll sein wird. Trotzdem wird die Stimmung, denke ich, großartig sein. Das sollte aber was sein, was uns vor allem natürlich anstachelt, was wir positiv für uns nutzen wollen. Ansonsten erwarten wir ein Champions League Spiel. Ein Champions League Gegner mit Besiktas, mit viel Qualität. Ein Gegner, der sehr aggressiv verteidigt, Qualität nach vorne hat. Mit Pjanic jetzt nochmal einen herausragenden Fußballer dazubekommen hat. Und dementsprechend wird das morgen ein hartes Spiel für uns, was wir gewinnen wollen. Ja. Wir sind natürlich bereit für den Spiel. Istanbul, Besiktas Stadion, natürlich ist das der größten Stadion der Welt. Es wird sehr gürültig und schrecklich sein. Es wird ein aggressiveres Spiel. Es wird ein besonderes Spiel. Es wird ein besonderes Spiel. Ich bin sicher, dass wir die Champions League spielen. Natürlich ist das die Stadion der Stadion sehr aggressiv. Wir sind bereit. Ich bin sicher, dass wir die Champions League gewinnen und die Stadion gewinnen. Jürgen Kost. Die Champions League beginnt. Mit welchen Erwartungen, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Aussichten geht ihr in diese Saison? Die Champions League beginnt mit welchen Hoffnungen, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Hoffnungen in der Champions League? Ja, der dritte Wettbewerb, in dem wir jetzt rein starten. Pokal sind wir eine Runde weiter. Bundesliga sind wir anständig gestartet, denke ich. Inhaltlich wissen wir, dass wir Dinge verbessern wollen. Und jetzt kommt die Champions League dazu. Dafür haben die Jungs letztes Jahr noch einen hervorragenden Endspurt hingelegt, weil sie diese Spiele haben wollten. Und jetzt haben wir sie. Und jetzt wollen wir sie natürlich auch nutzen mit allem, was wir haben. Bedeutet, wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen in dem Wettbewerb diese Saison unsere eigene Geschichte schreiben. Und dafür heißt es, morgen von Anfang an hier dann da zu sein. Patrick Berger? Ein Moment. Sorry. Ja, wir sind all bei uns gespannt. Ja natürlich, wir gehen nicht an die Spieler. Wir sind sehr ernst. Ja natürlich, wir sind sehr glücklich. Wir haben eine Szene in Deutschland gemacht. Wir haben die große Herausforderung gemacht. Wir haben den Karten gemacht. Wir haben die hohe Garten gemacht. Wir haben die Koala gemacht. Wir haben die Kultur gemacht. Und jetzt in der Champions League hit John. Wir haben auch gedacht, wir halten uns in der Zukunft. Wir haben uns mit ganz glücklich gemacht. Wir haben die große Herausforderung gemacht. Wir haben die Hauptge值 im Kapitel-jus. Und jetzt gehen wir sind alles hin. Jo, Hallihallo, vielen Dank. Ich habe tatsächlich zwei Fragen. Eine organisatorische vielleicht erstmal an Sascha. Ich sehe gerade, dass das Logo auf der Brust fehlt. Es gab jetzt im Vorfeld auch die Fragen, mit welchem Kapptrikot ihr aufläuft. Kannst du uns da vielleicht A mitnehmen und dann Frage an Marco. Marco, du hast natürlich auch mitbekommen, dass es Kritik aus Bayern gab von Hasan Salihamidzic. Wie kam diese Kritik bei dir persönlich an und wie heiß und motiviert bist du, vielleicht morgen auf großer Bühne auch zu zeigen, dass du weiterhin Führungsqualitäten hast? Vielen Dank. Zu Nummer eins, lasst euch überraschen. Und zu Nummer zwei gebe ich einfach mal weiter. Bitte. Ich überlasse, Marco. Formalarınızda bir Logo eksik. Onunla ilgili özel bir durum mu var? Onun dışında ikinci sorum da şudur Marco'ya. İşte sana yönelik bazen eleştiriler oldu. Ona ne gibi bir cevap vermek istersin? Seni dinliyoruz. Danke. Ja, natürlich habe ich es mitbekommen, aber also hat mich jetzt im Wesentlichen, muss ich sagen, nicht berührt. Ja, me gibt es dazu ordentlich zu sagen. Bu eleştiriler bana pek dokunmadı. Yani ben onu Kale bile almadım. Onun için fazla da bir şey demek istemiyorum bu konuyla ilgili. Teşekkürler. Teşekkürler. Örling Haaland. Örling Haaland. Ex-Haus Norwegen hergekommen. Wahnsinn. Örling Haaland. Örling Haaland. und er weiterentwickeln kann. Das habe ich dir gerade gesagt, ja. Heading, for instance. Being active all the time in the game, working against the ball, being active with the ball. So I think he has a lot of small things to improve, but he is on a good way and he knows that he can improve something and that's the most important, I think, so that he is not thinking, he is finished with everything. Okay. Is... Was this my question? I don't understand. Genau. Kısa özet yapalım, yani İngilizce, Almanca karıştı biraz. Haaland'la ilgili sordu. Mark Cruz'un cevabı da, Haaland'ın işte düzeltmesi gereken neler diye soruldu. Haaland'ın işte son maçta kafa golleri ve kafayla çıkışları dikkat çekmişti. Ama yine de kafayla çıkışta biraz daha kendini düzeltecek ve daha da eğitecek şeklinde bir cevabı verelim. Patrick Kleinman. Where is the microphone? Ah, okay. Da ist es wieder. Hallo, Herr Rose. Sie haben ja jemanden im Verein, der sich in Bidzik das gut auskennt, weil er früher schon mal hier war. Wie viel haben Sie sich denn vielleicht mit Idin Terzic im Vorfeld ausgetauscht? Hat er vielleicht ein bisschen was verraten über den Verein, über die Spielweise? Oder hat er vielleicht sogar zur Mannschaft gesprochen und ein bisschen was erzählt? Edin saß heute im Flugzeug und wir haben über ein paar andere Dinge geredet. Manchmal reden wir auch über Privates, freuen uns, dass wir uns sehen. Wir haben nochmal über Leverkusen geredet, über das Spiel und ein paar Inhalte, aber eigentlich gar nichts über Bidzik das. Wir freuen uns drauf. Schön, dass Edin mit hier ist. Morgen spielt unsere A-Jugend dann ja auch, unsere U19 vor uns im Spiel. Ich denke, dass das ein wichtiger Termin für Edin ist, und dann abends würde uns zuschauen. Ich schalte nochmal ein. Beşiktaß'ü tanühen, Beşiktaß'ü tanühen, daha önce Beşiktaß'da olan Edin'le ilgili soru geldi. On'unla ilgili ne gibi yorumlar aldınız, ne gibi tiyolar aldınız şeklinde. Herr Roze ise, işte fazla maçla ilgili Beşiktaß'ün taktiğiyle ilgili ein bisschen zu sprechen. Sadece generell ein Gespräch ist. Also, wir sind in Istanbul, und wir haben einen guten Tag gewonnen. Ich noch eine Frage an Marco Rose. Daniel Mahlen war am Wochenende draußen gegen Leverkusen. Kannst du sagen, wie du mit ihm für morgen planst und wie weit er vielleicht auch ist, warum er zur Zeit noch nicht die tragende Rolle spielt, die man vielleicht sich erhofft hat, dass er sie spielt? Daniel Mahlen hat am Wochenende nicht gewonnen. Wie ist Ihre Gedanken? Sebastian Koltzberger, bitte. Zwei Fragen an Marco Reus. Läuft. Ja, alles gut. Wenn ich jetzt noch Türkisch rede, dann ist es. Ja, läuft. Schön ist es doch hier. Wie ich für morgen mit ihm plane, kann ich ja leider nicht sagen. Dann würde ich ja vielleicht zu viel verraten. Aber grundsätzlich sehe ich das jetzt auch nicht so dramatisch, wie es ein bisschen aus der Frage herausklingt. Donny kommt aus Holland, ist ein außergewöhnlich guter Fußballer. Das sehen wir, glaube ich, alle in Ansätzen. Er hat, was sein Fitnesslevel betrifft, noch ein paar Sachen aufzuarbeiten gehabt. Er wird dort aber wirklich jeden Tag, jede Woche fast besser. Er hat sich sehr, sehr gut integriert. Die Jungs haben ihn gut aufgenommen. Man merkt, wie er langsam auftaut auch. Und er hat schon bis hierhin in jedem Spiel seine Rolle gespielt. Er hat schon von Beginn an gespielt. Ist jetzt in Leverkusen dann nochmal reingekommen, auch dann für eine halbe Stunde. Und ich glaube, dass man so einem, weil er ist auch noch jung, Spieler die Zeit geben muss. Und nicht immer dann erstmal auf das Preisschild schaut und glaubt, da kommt jetzt einer, der uns direkt vom ersten Spieltag an die Tore da reinmacht. Geben wir dem Jungen die nötige Zeit, fordern ihn und fördern ihn. Dann. Daniel hollandalı güçlü bir oyuncu. Tabii ki yarınki maçta yer alıp almayacağına dair, şu an bir şey söyleyemem. Yoksa sırrlarımızı açıklamış oluruz. Ama genel olarak fitness açısından biraz daha çaba göstermesi gerekiyor şu an. Biraz da forma girmesi lazım. Aber in der letzten Jahrzehnte, Lever Kursen, hat eine halbe Stunde gespielt und es hat eine sehr gute Spiel gespielt. Die Rolle spielt gut. Ich glaube, ich bin froh, dass es mit der Mannschaft noch besser geht und es ist ein guter Punkt. Aber jetzt Sebastian Kolsberg. Marco Reus hat zwei Fragen. Vielen Dank an Marco Reus. Zum einen in der Vergangenheit hattet ihr Gruppen, wo ihr nicht immer unbedingt der Favorit wart. Jetzt könnte man meinen, dass ihr seid. Ist es da der Anspruch, auch als Gruppenerster durchzugehen? Ist es einfacher oder schwieriger, diese Favoritenrolle inne zu haben? Und die zweite Frage nach dem Spiel in Leverkusen hat es ja doch deutlichere Worte gefunden, dass ihr drei Gegentore kassiert oder in letzter Zeit mehrere Gegentore kassiert habt. Was habt ihr dagegen getan, dass es vielleicht morgen anders aussieht? Ja, in der letzten Jahrzehnte, waren Sie in der Champions League nicht sehr favorit. Ihr seid in der Champions League eher favorit. Was ist das für euch? Was ist das für euch? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage war, beim Spiel in Leverkusen hat Dortmund drei Tore kassiert. Und was Sie jetzt in dieser Woche dagegen getan haben, dass es gegen Belgik das nicht so sein wird. Was ist das für euch? Was ist das für euch? Ja, jetzt? Ja. Okay, top. Ja gut. Wir konnten jetzt ja jetzt zwischen Leverkusen und Belgik das jetzt nicht so viel trainieren. Heute jetzt die öffentliche Einheit. Ansonsten glaube ich, haben wir das schon nach der Partie auch gesagt, dass wir die Tore einfach zu einfach bekommen. Aber das betrifft die gesamte Mannschaft, weil wir da einfach in der Absicherung in der Staffelung einfach zu große Lücken haben. Und ja, wir sind guter Dinge, dass wir das ändern müssen, weil Besikt das auch eine starke Mannschaft ist, die nach Ballgewinnen auch schnell nach vorne spielen kann und da sehr, sehr gefährlich ist. Und was war die erste Frage? Sorry. Die erste Frage. In der Vergangenheit wart ihr ja nicht immer Favorit in der Gruppe. So. Ja, ehrlich gesagt, ist mir völlig egal, ob man Favorit ist oder nicht. Im Endeffekt sind das alles Champions League Gegner. Und ja, wir haben natürlich immer das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Und wir als Borussia Dortmund haben auch das Ziel, die Gruppe zu überstehen und natürlich dann auch als Erste. Aber wir fangen jetzt erst mal morgen mit dem ersten Spiel an und dann werden wir schauen. Hallo Danke! Be worked. Wir fangen zu, damit findet ihr, oder wir uns wichtig. Wenn es wichtig. Và wir schauen, dass wir jetzt in den nächsten Jahren überhaupt shouldn't sein. Wir wissen, dass wir jetzt das vont, wenn wir gewinnen undáp EM-Krisesalte werden noch weil unses wichtig. rằng Swegeieのは im Übrübo, dass wir es in den vielen letzten Jahren befinden können. Wenn hinten an wir darauf Interestingly übrüfen, kwartierte. Diese Idee, wir haben uns auf die advertise canide. Wir wissen, dass wir das Ziel haben. 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 Jün Koas. Eine Frage an den Trainer. Die Kollegen in Dortmund haben berichtet, dass Roman Böckin nicht mit hergeflogen ist, sondern Luca Unbehaun. Ist Luca damit eigentlich dritter Torhüter im Kader jetzt oder welche Gründe spielen da eine Rolle? Frage an der Kader. Wie ein Roman Böckin wird, kann ich nicht sagen. Wer geht in die Kader? Luca oder Luca? Eine Frage, die für mich jetzt aus dem heiteren Himmel kommt, weil wir zwei Deuter haben. Nummer eins ist Greg und Nummer zwei ist Marvin. Und dann haben wir gemeinsam im Trainerteam entschieden, wer kommt mit, was macht Sinn. Roman arbeitet hervorragend zu Hause, trotzdem kennen wir die Gesamtsituation bei unseren Torhütern. Und Hut ab, wie die Jungs das untereinander meistern, wie sie sich verhalten. Roman hat sicher andere Ansprüche, möchte gerne im Tor stehen, das ist klar. Er ist jetzt trotzdem in Dortmund geblieben. Wir schätzen ihn sehr, die Jungs schätzen ihn als Teamkollegen. Er verhält sich hervorragend und es gibt da keine Reihenfolge in irgendeiner Form möglicherweise. Und es kann ganz schnell gehen. Brauchen wir ihn dann auch und dann sind wir froh, dass wir so einen Sportsmann und vor allen Dingen die Qualität dann natürlich auch im Kader haben. Aber morgen sitzt nur einer auf der Bank, einer steht im Tor und den jungen Kerl hinten dran, den haben wir hierher dann noch mitgenommen. Dann ist es nicht nur ein Kader. Das ist nicht nur ein Kader. Aber wir waren nicht nur so eine Kader. Aber wir waren die Kader. Wie gesagt wurde, war, waren die Kader. Er haben die Kader. Schauspieler, ab reddet, waren die Kader. Aber jetzt noch die Kader war, waren die Kader. Wir werden das nicht verletzen. Aber wir sehen uns in diesem Stadion, und wir haben zwei Personen bekommen. Wir haben auch einen 3. Yedek-Kaleci bekommen. Er wird noch nicht erwartet. Wir haben jetzt den 4. Yedek-Kaleci bekommen. Das geht weiter in Dortmund. Der erste Frage kommt von Ihnen bitte. Wir werden noch zwei Fragen bekommen. S. Danke. Marco Rose, ich würde Ihnen fragen. Lucian Favre, der sich in der Karte zu lösen, 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 der sich in der Karte zu lösen. Aber die Karte zu lösen, der sich in der Karte zu lösen, den Karte zu lösen. ürgen Sie das? Die Begleiterung. Das war Beispelersche, die Sie zu lösen, denn Sie wünschen, das ist es zu lösen, der Sie kein Wanker? Das ist das, das ist die Frage. Das ist das, manche Frage zu lösen. Okay. Beziehungsweise diese Schwächen abzuarbeiten, weil Sie haben in den letzten sechs Spielen zehn Tore kassiert und gegen Besiktas müssten Sie ja irgendwelche Maßnahmen schon diesbezüglich sozusagen schon bedenkt haben. Wie werden Sie halt diese Formation sozusagen lösen, diese Schwächen in der Abwehr? Wir haben trotzdem ein paar Punkte geholt in der Zeit und Pokalspiele gewonnen. Aber es ist richtig. Wir hatten die Frage ja vor uns schon und natürlich stellen wir uns der Nummer. Wir sind nicht zufrieden, ganz und gar nicht. Es macht uns sogar sauer. Wir haben das Leverkusen-Spiel aufgearbeitet. Wir haben Videoanalyse gemacht. Marco hat es gesagt. Wir hatten natürlich wenig Zeit zum Trainieren, haben gestern trotzdem am Platz dann auch nochmal über unser Spiel mit dem Ball. Und da beginnt schon unser Spiel gegen den Ball. Dann auch angesprochen. Und ansonsten lohnt es sich gar nicht ständig so viel drüber zu reden, weil die Jungs machen es nicht mit Absicht. Wir kennen das Thema und wir werden daran arbeiten und wir werden konsequent daran arbeiten und versuchen, unserem Torhüter und unseren Abwehrspielern und die Jungs. Marco spielt ja auch lieber gerne 3-0 statt 4-3. Eine gemeinschaftliche Aufgabe, so wie das unser Kapitän gesagt hat, der wir uns stellen und an der wir auch arbeiten. Aber wir brauchen das nicht mehr, aber wir brauchen das nicht mehr. Wir haben die Leute, die Leute sehr gut performanzen und wir arbeiten. Und wir glauben, dass wir das zu lösen, dass wir das machen können. Ich bin der zweite Frage. Also, die deutschen Journalisten haben sehr viele Fragen gestellt. Er kann gerne noch eine Frage stellen. Es ist dann leider die letzte, weil wir gleich Training haben. Fakt ist, aber es ist die Zeit. Also, die Türkischen Medien möchten gerne wissen, ob sie mit Ozan zusammengekommen sind, ob sie interessiert haben. Und mit Michael Zorg? Michael Zorg ist, aber nicht. Achso, Michael Zorg will Ozan haben und sie nicht. Ist das so richtig? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Ist das dein Ernst? Ozan Kabat ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, den wir natürlich alle aus Deutschland kennen. Und ich glaube, jeder deutsche Verein, der weiß, dass er einen Verein sucht, beschäftigt sich möglicherweise mit dem Spieler. Also, unsere Scouting-Abteilung weiß natürlich, wer das ist. Und trotzdem war er kein Thema bei uns für eine Verpflichtung. Und es hat auch nichts mit Marco Rose oder Michael Zorg zu tun, sondern wir arbeiten bei Borussia Dortmund Hand in Hand. Das bedeutet, ich habe die Meinung des Sportdirektors und der Sportdirektor vertritt die Meinung des Trainers. Wir sind dort eine Meinung. Jaar, ich habe die Frage, der ist das so einfach angekündigte, wenn man sich für sie aber daran richtigeren. Aber wir haben uns mit ihnen hinterher Wir arbeiten, dass sie dafür nicht. Wir haben keine Aufmerksamkeit. Als Sie michel Zork und ich, ich bin, wir arbeiten, wir arbeiten, wir arbeiten. Wir arbeiten, dass wir uns mit der Gesellschaften und mit der Gesellschaften, wir arbeiten und vi haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, zuerst einmal die drei Spieler, die er aufgezählt hat, Michel Batschoui und so weiter. Ob Sie diesbezüglich schon... Wer ist unser weiter? Unser weiter, oder was? Batschoui, Rashid, Gezal. Gezal und? Janic. Ich weiß Bescheid. Okay, du weißt Bescheid. Was für Maßnahmen haben Sie schon getroffen diesbezüglich? Oder was werden Sie auf dem Spielfeld gegen diese Spieler für Maßnahmen treffen? Und soll ich auch schon die zweite Frage stellen? Die zweite Frage geht direkt an dich. Und zwar, du bist ja in Leipzig aufgrund der Atmosphäre im Stadion vom Feld gegangen. Und hier in Bescheid wird die Atmosphäre auch ziemlich laut sein. Können wir davon ausgehen, dass du hier auch vom Feld gehen wirst? Also, es geht nicht um mich, sondern um Timo Werner. Timo Werner. Der hat hier gespielt und dann ist er auf den Platz gegangen, weil es so laut war. Okay, lass uns einfach die Frage beantworten, bitte. Also, ja, grundsätzlich, wir haben ja auch in Dortmund ein wunderschönes Stadion mit tollen, tollen Fans. Und die sind auch extrem laut. Von daher dürfte uns das morgen nicht stören. Im Gegenteil, wir freuen uns sehr drauf, dass es morgen sehr laut hoffentlich wird. Wir haben den Gegner natürlich analysiert und haben Respekt vor Besiktas, vor der Qualität. Die genannten Spieler aber nicht nur sie. Nkudu über links auch ein starker 1 gegen 1 Spieler. Wir wissen schon, was auf uns zukommt und wissen aber natürlich auch, was wir können. Wir haben auch Qualität. Wir sind sehr, sehr offensiv stark. Und das wollen wir natürlich morgen dann auch auf dem Platz zeigen. Vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Und wir sehen Sie alle beim Training. Bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.